Nein, wie viel von diesen Elektro-Elekti... brauchst du eigentlich? Mindestens drei. Ich hab aber irgendwie jetzt einen von deinen Siebereien abgekriegt, also noch zwei. Mindestens drei und ich hatte vorhin schon 27. Ja, denk mal drüber, ne? Ah, Wodka? Okay, alles klar, Wodka ist am Start. Nein, die kommt nicht vom Alk. Wodka ist doch kein Alk, das ist das Grundnahrungsmittel. Echt mal? Wodka, Wodka, Wodka. Ich bin eigentlich Russe. Eigentlich heiße ich gar nicht Alk, ich heiße Sascha. Irgendwann glauben wir, dass die Leute nochmal... Previet! Mehr kann ich nicht. Ich hab 22 von den DAS rausgekriegt, ich tu's in dir die scheiß Truhe rein, ne? Ja, mach das. Warum hab ich denn hier Crash-Zeug drin? Wo kommt das denn her? Du musst irgendwas gecrushed haben neben mir. Ja. Fuck nicht. Nee, lieber nicht. Einfach nur lieblächeln und denken. Ja. Quecksilbertrop. Wodka sind pürierte Kartoffeln. Ja, so ist es, richtig. Genau so ist es. Eig- eigentlich ist es nur Kartoffelbrei. Wieso hab ich Compressed Crabble in meinem Inventar? Weil ich dir den zugeschmissen habe, weil du den auch gleich durchsieben kannst. Ach, das ist das doch. Wodka. Wodka. Also Wodka eh trinke ich immer nur. Also. Manchmal auch eh ohne Wodka. Aber nur selten. Los ist ihm voll. Ja. Sehr schön. Oh, ich hoffe das wird reichen. Das reicht nicht. Ich muss da zwei dran setzen. Ich muss da zwei dran setzen. Das ist aber schade. Ich brauche Tesafeln für meine Maus. Ich glaube ich muss da zwei dran setzen. Ich muss da zwei dran setzen. Ich muss da zwei dran setzen. Hast du schon mal versucht, Kies hier zu sieben? Sollen dabei rauskommen. Was, zu sieben? Ja, Kies hier, also Gravel. Ja, Diamanten halt, ne? Echt? Dann fange ich sofort an draußen zu sieben. Ich habe genug Kies hier in seinem Haus liegen. Ja, aber es geht auch nicht jeder, ne? Kaputt? Wieso alles kaputt? Ne, aber ich habe den Tod. Guck mal hier. Ich habe den Tod hier rumliegen. Der Tod. Der Tod. Der Tod. Der Tod. Der Tod. Was habe ich jetzt so wenig? Achso, okay. Okay. Wie heißt der Ritter ohne Helm? Wilhelm. Haha. Scheiße. Der war gut. Haha. 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 Ach, scheiße. Fünf Stunden später. Ach, ich habe den Nugget. Okay. Warum siebe ich den ganzen Scheiße eigentlich? Das möchtest du nicht wissen? Weil du den anderen Scheiß runtergeschmissen hast? Ich habe keinen Klöffel runtergeschmissen. Okay. Gesundheit. So. Kabels. Lead. Äh, wo sind sie? Ich will dich mehr. Energy. Wo siebst jetzt? Wie nennt man einen Cowboy ohne Pferd? Sattelschlepper. Nee, die wollte ich nicht. Nicht die Conduits. Wie sind die jetzt? Ich habe drei Diamanten rausgekriegt. Hast du schön gemacht. Brauchst du welche? Legst du erstmal mit in die Küste. Ja. Was auch sonst. Nein. Keine alten Ducks. Nein. Keine alten Ducks. Mein Gott. Wie hieß denn die jetzt? Diese Lead. Warum ist der Luftballon kaputt gegangen? Weil er gegen Kaktus geflogen ist. Aus Platzgründen. Ah, der ist schon gut. Der ist schon. Der ist echt gut. Ich muss noch Erde durchsieben. Wir haben noch keine, ähm, Scheiße. Haben wir, was haben wir für Setzlinge alles? Sand müssten wir auch. Ach, da unten sind sie ja. Bleeds down. Ah, ich dead. Ah, brauchen wir schon zwei Redstone-Chipsets. Ja, gut. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Dann machen wir so. Oh, das können wir auch nicht machen. Töne Elektron. Hast du das Fass schon wieder geklaut? Oder geht das kaputt? Ja. Stell es dir hin. Ich stelle Erde hin. Ich hab da kein Fass weggenommen. Wo ist es denn hin? Gehen die nach der Zeit kaputt? Eigentlich nicht. Du willst mich doch verarschen. Nein. Ich hab da nix gemacht. Oder, ah, warte mal. Ich hab das Problem erkannt. Was? Na, das ist bestimmt verbrannt. Ja, das kann unmöglich sein. Das ist die einzige Erklärung. Kannst du mir mal die beiden Dinger hier abbauen? Ich hab keine Spitzlerkram. Da oben das andere auch noch, bitte. Warte, ich hör was. Zombie und Creeper und Skeletz. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie können die ihnen das spawnen? Hast du denn die nicht ausgeleuchtet? Wie können die ihnen das spawnen? Bleib einfach hier. Bau das jetzt weiter ab. Lass die da hinten doch. Aber wie können die ihnen das spawnen? Das ist noch Hubslaps. Das ist da oben. Das ist okay. Ich komm da schon dran. Da kommt noch ein Zombie. Dann töte ihn doch. Ich brauch dann übrigens die beiden Dinger dann. Ne, einen hab ich. Den anderen brauch ich noch. Verlaufen da sind zwei Creeper und das Geld. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hab kein Schwert. Der Creeper kommt. Ich hab grad ganz teure Sachen dabei. Das finde ich jetzt nicht lustig. Ach der ist hinter dir. Das ist kein Problem. Der ist hinter mir her. Oh. Wow der andere. Nein, 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 nein. Oh. Jetzt hinten ausleuchten. Mach mal. Das sind noch zwei Skilte. Komm, komm, komm. Und ich spinne dich auch noch. Weiße. Ich hab keinen Platz mehr. Komm jetzt. Los leuchte aus. Ach du Creeper hinter dir. Hinter der ist hinterm Baum. Ich seh ihn. Scheiße. Er hat dich gesehen. Er kommt zu dir. Pass auf. Ein Trip ist geboten gegangen. Verdammt. Geh jetzt ausleuchten. Warte, ich muss jetzt einen Platz schaffen. Ich hab keinen Platz. Ein blödes Grünzeuglicht oben in der Kiste. In welcher? In der oberen. Okay. Echt? Einmal mit Profis. Wo ist mein, ähm, Hopper? In meinem Inventar. Dann schmeiß ihn raus. Ist mir jetzt egal. Ich geh jetzt erstmal ausleuchten. Ja, aber wieso können die da spawnen? Weil du auf der falschen Ebene gebaut hast. Ne, das ist egal. Das sind Half Steps. Das sind keine vollen. Ist mir jetzt egal. Krieg jetzt den Hopper wieder. Hier. 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 Danke. Ach ja, da ist auch okay. Nacht, Trubli. Einmal mit Profis. War doch Spaß. Muss auch mal sein hier. Ja. Spaß. Juhu. Spaß mit Flaggen. Äh, Moment. Okay. Wo war ich? Da war ich. Kann ich dir nicht sagen. Ja. Ja, wie krieg ich die denn jetzt? Die passen ja nicht da rein. Ich muss ja den, den Dingsen bauen. Erstmal dafür. Den Dingsen, mhm. Geht so ein Energy Cell. Ich versuch das mal mit der Tin. Vielleicht funktioniert das besser. Hallo Silber. Ach ja. Ähm. Wo ist er jetzt? Da. Eigentlich muss ich das ja auch noch durchsehen. Mir hilft ja nichts. Mir hilft nicht. So. Und jetzt mach ich hier wieder den kleinen Schniedel rein. Aua! Warum? Das verdient. Was hab ich denn gemacht? Weißt du ganz genau. Weiß ich bin blöd oder was? Gar nichts gemacht. Hm. Das funktioniert auch so nicht. Das ganze Knicken mit der Leadstone. Ah, warte. Ich hab noch ne Idee. Noch eine Idee. Wire. Komm schon. Wire Connector. Warum denn nicht? Mit Copper. Nein! Ah, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Okay, dazu brauch ich also nur Copper. Komm schon. So. Oh. Oh. Wenn ich das rauskomme, was ich haben will, ne? Harden Clay? Toll. Heah. Nice. Nur Mist bei rausgekommen. Oh. Ich spielte es. Steck. Dann nehmen wir mit das. Packen wir hinten rein. Dann können wir das andere auch da reinpacken. Und das da. Und das da. Ist doch scheiße. Ehrlich jetzt. Ganz großer Bullshit. Was denn? Das ist nicht, ähm, das rausgekommen, was ich haben wollte. Was wolltest du haben? Einen Dschungelbaum. Wir brauchen noch Sand. Müsst du mit Glas herstellen. Ach, warte mal. Wie war denn das Rezept dafür? Ach, scheiße. Um zu gucken, was man daraus machen kann. War das U oder war das G? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Weißt du das noch? Um was herzustellen? Ne, um zu sehen, was man daraus machen kann. Oder was rauskommt, wenn man damit was macht. Da gibt's auch Kürze für. Ach komm, ist egal. Ja! Ja? Nein? Ach, ist egal. Da kommen die gar nicht bei raus. Warte mal. Canes, Bruce, Archorn, Akazia, Potato, Melon, Carrot, Birsch, Gras, Rubber, Pumpkin, Stone. Ne, da kommen die gar nicht bei raus. Wo kommen denn die scheiß Dschungelbaum-Setzlinge bei raus? Aus der Erde? Ne. Scheinbar nicht. Doch, die heißen dann Tropical irgendwas. Das sind so komische kleine... Die sehen aus wie so kleine Nüsse mit Stacheln dran. Wie so eine Kastanie sehen die fast aus. Ich weiß, aber die gibt's nicht als Top-Showings hier. Bei Erde. Dann weiß ich's auch nicht. Vielleicht nur bei Compressed Erde? Ja, das wär ja Schwachsinnicht. Nein. Trop... P... P... Tropi... Tropi... Tropical Garden? Ne, wie heißen sie denn? Tropical... Wie heißen sie denn? Ja. Das weiß ich doch nicht. Ach, so ne Scheiße hier. Warte, lass ich die da oben erstmal vollpumpen. Der ist voll. So. Habe ich jetzt schwören können, dass ich so ne Scheiß... Sitzling aus Erde rausgekriegt habe, aber hier steht nix davon. Das ist doch scheiße. Das sieht besser aus. Nein, das sieht scheiße aus. Wenn ich Erde siebe, dann kommt dabei raus folgendes. Sugarcane. Spruce. Ist Spruce nicht hier dann dieses, äh... Spruce ist ja hier dieses Dunkle. Wozu brauchst du jetzt unbedingt Jungle-Sapplinge? Das habe ich jetzt sogar noch nicht so verstanden. Ach, ich wollte die nur haben. Das wird doch auch mal meinen... meinen Spaß. Ne, komm, ist egal. Das reicht nicht. Soll ich dir irgendwas klein machen noch wieder, oder was? Ich brauch Sand. Beziehungsweise Glas dann in dem Fall. Hier ist doch Sand noch ganz 12... äh... 12... äh... 52 Stück drin. Ja, brenn die mal bitte. Wie viel brauchst du? Brenn die mal bitte. Die werden wir immer brauchen. Ja. 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 Ja.